Ich lese der junge Koch, die junge Köchin und im Kapitel Hygiene bin ich angekommen bei 1. Mikroben, 1.2 Arten und Vermehrungsformen. Im Zusammenhang mit den Lebensmitteln unterscheidet man folgende Mikrobenarten. Eubakterien, Hefen, Schimmelpilze. Dazu gibt es eine Abbildung 1. Eubakterien vermehren sich durch Teilung, da wird die Zellteilung dargestellt, denn Eubakterien sind Einzeller. Bei günstigen Lebensbedingungen wachsen die Eubakterien innerhalb von etwa 20 Minuten bis zu einer bestimmten Größe und vermehren sich dann durch Zellteilung. Wenn die Lebensbedingungen schlecht sind, können die Bacillen eine Untergruppe der Eubakterien Sporen bilden. Sporen sind eine Überlebensform. Die Zelle gibt zunächst den Zellsaft weitgehend ab und bildet dann aus der verbleibenden Zellhaut eine besondere Umhüllung. Eine Spore ist entstanden. Alle Lebensvorgänge ruhen und der Zellrest ist besonders widerstandsfähig gegen Wärmeeinwirkung und Desinfektionsmittel. Bei günstigen Lebensbedingungen werden aus den Sporen wieder Bacillen. Dann kommen wir zur zweiten Gruppe, den Hefen. Hefen vermehren sich durch Sprossungen. Hefen sind Einzeller, die sich vorwiegend von Zuckerstoffen ernähren. Sie vermehren sich durch Sprossungen. Dabei sprießt aus der Mutterzelle jeweils eine Tochterzelle. Abbildung 2 Und dann gibt es Abbildung 3 Schimmel bildet Sporen. Schimmelpilze sind Meerzeller, die sehr anspruchslos sind. Schimmelpilze sind Meerzeller, die sehr anspruchslos sind und auch noch auf verhältnismäßig trockenen Lebensmitteln wachsen können. Sie vermehren sich auf zwei Arten. Auf dem Lebensmittel vermehren sie sich durch Sporen im Lebensmittel über das Wurzelgeflecht. in Klammer Mycel Vergleiche Seite 25 Pilzarten, die ungiftig sind und zum Beispiel bei Käse mitgegessen werden, bezeichnet man als Edelpilze oder Edelschimmel. Ja Es geht dann weiter mit 1.3 Lebensbedingungen der Mikroben Go Just come on Tschüss Wenn Sie mich deswegen sehen, gutių sind, oder wie die wie